Liebevolle Kostüme, fantasiereiche Choreografien und spektakuläre Showakrobatik. Bereits zum vierten Mal traf am Samstag die Crème de la Crème der Turnkunst in Oldenburg zusammen. Es war das Rendezvous der Besten. Das Rendezvous der Besten ist die Landesentscheidung der Showgruppen. Showgruppen heißt alles, was im Turnaboot angeboten wird, von Ballett über Parcours bis hin zu natürlich auch Turnen, aber eben auch Akrobatik mit Salty in der zweiten, dritten Etage, Ropskippen, Seilspringen. Diese ganzen Showgruppen, die in den Vereinen, ja manchmal auch Vereinsfesten auftreten, davon die Besten der Besten, die sind hier. Insgesamt 17 Gruppen, die sich in Bezirksentscheiden qualifiziert hatten, gaben alles. Zu den Teilnehmern gehörten neben drei Teams des Lokalmatadoren vom Oldenburger Turnerbund auch die Green Spirits aus Hatten. Die 36 Mädchen zwischen 8 und 25 Jahren haben in den Osterferien noch einmal fleißig für ihren Auftritt geprobt. Es ist immer noch wieder ein neues, spannendes, aufregendes Gefühl. Es ist nicht so, dass es irgendwie so routiniert wird, weil jedes Mal ist ein neues Publikum dabei. Jedes Mal treffen wir hier auf neue Gruppen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und von daher ist es immer wieder neu und neu spannend, aufregend. Mehr als 2000 Zuschauer waren von der dargebotenen Vielfalt begeistert. Für mich ist das Faszinierende, diese Mischung aus Akrobatik und Show und diese Gelenkigkeit der ganzen Gruppen, das finde ich super. Die Stimmung, die gute Laune und die Kunst und Akrobatik von den ganzen Turnern, die das so vorstellen. Es ist einfach faszinierend, wie die sich bewegen können und wie die ihre Knochen biegen können und toll. Es sind also die Gruppen da und die Angehörigen und es sind Gemeinschaften da, es sind Interessengruppen da, es ist wirklich prima. Am Ende setzten sich tatsächlich die Green Spirits der TSG Hattensankrug durch. Sie tragen nun den Titel Showgruppe Niedersachsen 2013. Zudem qualifizierten sie sich für den Bundesentscheid und dürfen bei der nächsten Auflage des Feuerwerk der Turnkunst ihr Bestes geben. Auch dort werden sie das Publikum mit Sicherheit begeistern. Zudem qualifizierten sie sich für den Bundesentscheid und die Knochen.